Hey, du Opfer! Jetzt steht der Sieger fest von der großen Werbespot-Aktion. Ich habe mich durch alle Kanäle durchgeklickt, ich schwöre. Und der, der hier hat gewonnen. Das beste Mann. Hier der fertig produzierte Werbespot. Sie haben einen bekloppten Namen und Sie sind bekloppt. Sie kommen aus dem brandenburgischen Rathenow. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind's, diese vornehmliche Gruppe aus Rathenow namens Frequenzstörungen. Und Sie können verdammt gut singen. All the small things, to care, to flees. And tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Oh, verbringen mit mir den Sommer. Was kann es Schönes geben? Die Jungs von Frequenzstörungen. It's tearing up my heart when I'm with you. When we are apart, I feel it too. Hier bei YouTube. Jetzt abonnieren!